Oh mein Gott, Alter hat er mich gerade umgedriftet, nein, nein, wow Ein Prost Brüder So meine Freunde, wir haben uns heute hier versammelt für den letzten finalen Überfall, seid ihr bereit man, ein Prost Brüder Ein Prost Brüder, ja man, heute gibt es den Pacific Standard Shop, meine Freunde, Digga, leg mal bitte die Bon weg, Alter Jetzt hast du einmal mit dem Alkohol aufgehört, nein, jetzt hast du mit dem Alkohol aufgehört und jetzt fängst du an den Scheiß zu rocken Ah, es fängt schon wieder an, Leute Leute, ey, bitte, heute mal ein bisschen Konzentration, okay, bitte, wir müssen heute eine richtig fette Bank überfallen Ich will, dass du an meinen Fingern riechst Ich will nicht, Digga, geh weg mit deinem ekligen Finger an meinem Po, Alter Riecht an meinen Fingern Mein Po ist Jungfrau und der bleibt auch so Riecht an unsere Finger Ich will nicht an euren Fingern riechen, jetzt komm, wir machen jetzt hier mal den letzten Überfall, Leute So meine Freundin, ich will, dass ihr jetzt heute mal richtig ausrastet mit den Likes, heute der letzte Überfall Ihr könnt es hier schon sehen, Alter, Belohnung, eine Million Dollar, ihr kriegt auf jeden Fall nix davon Ihr kriegt auf jeden Fall nix von den Millionen Dollar, ich werde alles allein einstecken Ich klaue dir das Malen nach Zahlen Warum malen nach Zahlen, Digga, oh shit, ey, Leute, ich habe diesen Überfall schon so lange nicht mehr gemacht, aber ich weiß, es ist verdammt geil Wir müssen einfach eine Bank stürmen und überfallen Gut, also wie viele Prozente wollt ihr? 135 35 Alter Ich brauche viel Geld Ich habe das Handy in der Hand Das ist nicht fair Ich würde nicht 0% machen, wirklich nicht Ihr kriegt gar nix, ihr Paul Berger Dann ist okay, wenn ich nix Ey, ich kann mir nur 7, ey, ist okay, ihr kriegt was Wenn ich nix bekomme Achst du 10%, Alter Okay, dann werde ich auch nur für 10% arbeiten Ey, Jungs, jetzt hört mal auf hier Oh shit, Leute, es geht los, Mann, es geht los Einbruchbrüder Die Einbruchbrüder sind wieder da, Mann Ey, ich schwöre, ich liebe diese Serie Ich bin gerade ein bisschen traurig, dass es jetzt zu Ende geht, weil Einbruchbrüder war einfach geil, meine Freunde So Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch eine von den Einbruch-Paul-Bergern seid wie wir Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch ein Bruch-Paul-Bergern seid Oh scheiße, ich habe mich mal ein aufgetürentes Auto genommen Okay, Leute, gebt mich zur Pacific Standard Bank, Leute Es geht los Ich bin die gelbe Biene, wuhu Was hast du für ein Auto? Was ist das für ein Auto, ey? Das ist eine gelbe Biene, die ich hier habe Ich rede nicht über alles Klar, Digga Ey, hör mal auf, mich einzusperren Nur weil du nur 10% bekommst Du hast ein richtiges Billig-Auto, Alter Ey, mein Auto kostet mehr wert als dein ganzes Leben, Junge Okay, Jungs, komm, go, 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 da vorne ist die Bank, Alter Und rein geht's Und rein Warte, chill, 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 chill Hey Hey, er rastet hier voll aus, Mann Gut, wartet, Jungs, wartet vor der Tür, wartet vor der Tür, wartet vor der Tür Digga Jürgen, was, Bruder, was tust du? Hier ist Feuer Philipp, was machst du, Mann? Du hast der letzte Überfall Hör mal auf jetzt, bitte, Alter Wir haben null, wegen dir haben wir jetzt null Teamleben Danke, Philipp Ey Danke dafür, Albladi Das sind Paul-Berge, schnappt Okay, es geht los Es geht los, Leute Die Bank wird überfallen Schnappt euch eure guten Waffen Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, es geht los Ja, Mann, Alter, geil Ich bin nur Müll-Tüten Du musst erst mal mit Müll-Tüten aussetzen Du bist der Hacker, du bist der Hacker, Bruder Scheiße Boah, wie Wir sehen so Mafia aus, Alter Geil Okay, go Kümmer dich um die Wachen BAM Okay, alle Wachen sind ausgeschalten Wachen sind ausgeschalten Go, go, go Denkt rein, ihr dürft sie nicht töten, ne? Boah, ihr hört der Erbe alle hier auf dem Boden liegen Okay Ich mach die Sprengladung dran Sprengladung wird dran gemacht Jungs, gib mir Deckung Ey, hör auf, meinen Kutz weg zu zerstören Riech mal an meinen Finger Boah Alter, wie schweiß denn das durch? Digga, ich rieche Geh da weg, Digga, das ist heiß Nein, das ist nicht heiß Riech mal an meinen Finger Ich will jetzt nicht an den Finger riechen, weil wir sind mittlerweile bei einer Bank überfallen, Alter Ich frag mal die Leute hier am Boden nie Ich frag die mal, ob sie vielleicht an den Finger riechen wollen Okay, gut, ey, Leute, erledigt euren Job, erledigt euren Job Go, 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 go Komm mit mir, Bruder, komm mit mir Wir müssen in den Tresorraum Was riecht besser, der Rauch oder mein Finger? Ach Gott Achtung, da unten sind Wachen, da unten sind Wachen Und Hallo, Ip, Bums, der Finger riechen Okay, Wachen ausgeschalten Gut, 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 gut Weiter vorrücken Jetzt ist der Hacker, muss kommen Wo ist der Hacker? DMG Gut, okay, hack das Tor auf Scheiße, ich hab's vergessen, wie er hackt, Alter Oh nein, 5 Ich hab deutlich Prozent vergessen Egal, das schaffst du, das schaffst du, Digga, das ist easy, das schaffst du Warte, da oben sind noch Wachen, kümmert euch um die Wachen, Jungs, kümmert euch um die Wachen DMG, wie läuft's vom Hacken, kriegst du das hin? Ja Oh shit, geil, Tor ist auf, Tor ist auf Gut, ich bring die taktische Ladung an So, ich mach hier auch mal kurz ein Dödel an die Wand So, ey, hör mal auf, hör auf, hör auf Ich muss hier erst einen Pimmel dran machen an die Wand Okay, go, 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 mach Gut, yo, los, 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 los Schnappt euch das Bargeld, je, jetzt wird das Bargeld geschnappt Geil, oh, Leute Alter, die Händelampe, guck mal Jetzt wird die Patte hier geschnappt, ey Alter, was hab ich denn so ab? Alter, Leute, ich liebe diese Mission, es ist so geil Ey, du kriegst nur 10%, du steckst dich in deinen eigenen Taschen Powerball Oh, eine Million Beute, okay, passt auf jeden Fall auf das Money auf, ne? Ja Oh, Leute, okay, 5 Sterne, 5 Sterne Aufpassen, Jungs, aufpassen, go, go, go Oh mein Gott, das spuckt ja Okay, jetzt, aber Leute, wirklich mal jetzt, ähm, ernst bitte, ernst bitte, weil, ähm, jetzt geht's hier ab Wir müssen jetzt raus, wir müssen aus der Bank raus Seid ihr bereit? Schnappt euch eure Waffen Komm, wir fragen mal Jetzt wird's ernst Wir fragen mal, ob die an unsere Finger wiesen wollen Oh mein Gott Leute, lasst dafür mal so einen fetten Like da Oh shit Oh shit Alter Wir haben keine Chance Oh mein Gott, jetzt geht's ab Ja, direkt mal Wegfreibomben, oder? Direkt mal daneben schießt Ich schwöre, das war größter Fail meines Lebens gerade Ey, ist das dein Ernst? Ich schieß einfach an die Tür Leute, was war das gerade für ein Fail, ey Junge, warum geht die Tür auf einmal zu? Diesmal bitte, Jungs, verkackt diesmal bitte nicht Ich schalte deinen Maul, aber Okay, bomb den Weg frei Geil, geil Okay, Jungs, wir müssen an die Seitengasse gehen, ne? Los, 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 los Oh mein Gott Dank die Polizei Gut, gut, gut Das war gut beim Sprengen Ja, verpissst du euch Was ist denn da? Sie müssen weg hier, Jungs, sie sind da Da vorne sind die Bikes, da vorne sind die Bikes Nee, warum sind die Seite von der Bank weggeparkt? Okay, nice, Alter So, pumpen wir den Weg frei Sehr geil, sehr geil Passen auf, passt aber auch auf Sehr gay, sehr gay Achtung, hier links sind auch noch welche Pass auf, pass auf, pass auf Ja, Uli Oh mein Gott Ja, Mann, Heli, Alter, wir müssen aufpassen Okay, komm, zu den Fluchtbikes, zu den Fluchtbikes, Alter Okay, gut, 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 wir sind fast da Wir sind fast da, jetzt keiner mehr sterben, bitte Ich habe Angst Okay, von vorne, Kops von vorne, Kops von vorne Okay Boah, geil, geil Okay, Polizei, Polizei, Polizei von vorne Ich schieße mir ein Feuerwerk ab Mit China-Raketen Ich bin fast so, ich muss Snacks Wo bist du, wo bist du, Bruder? Ja, okay, warte auf dich, ich gebe dir Deckung Komm, 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 Bruder Okay, ich hole euch mit Bikes ab, okay? Ja, okay, ich glaube, wir haben es so weit geschafft Wir haben sieben Sterne Wir haben sieben Sterne Ja, wahrscheinlich haben wir sieben Sterne, oder? Vorsicht Gut, jetzt alle auf die Bikes, Mann, alle auf die Bikes Oh, wir haben schon richtig viel Geld verloren Wir haben schon 140.000 verloren Kriegt ihr noch weniger Geld jetzt? Nein, oh, nein, nein, ich will nicht bei dir hinten drauf Nein, ey, warte Ich fahre doch nicht mit Decking, Alter, bin ich lebensmüde Achtung Oh, diese scheiß G-Klasse, Mann Oh, bloß kein Unfall, ich habe Angst um euch Bleibt eng zusammen, Jungs Hast du dich runtergefetzt? Nee, er auch Ich sehe ja wie so ein Profi ran Einer ist hingefallen, einer ist hingefallen Und fliegt direkt hin Gib dem Deckung, gib dem Deckung Okay, komm, steig auf dein Bein Oh, mein Gott, das wird so knapp, Leute Fahrt auf den Berg Oh, mein Gott Fahrt auf den Berg, Leute Alter, hat er mich gerade umgedriftet Nein, nein Oh, nein Nein, Junge, er hielt mir schrutteln direkt an den Kopf Oh, Gott, oh, Gott Oh, Gott, oh, Gott Oh, Gott, oh, Gott, oh, Bruder Ey, ey Okay Musst aktivieren Ja, Mann Yeah Ich mache hier noch coole Stunts, während ich vor den Cops ablau Oh, shit Oh, nein, oh, nein Ich fahre wieder auf die Straße Das ist nix so gut Ey, wollt ihr an meinen Finger ziehen? Nein, niemand will jetzt an deinen Finger ziehen, Mann So, meine Freunde, wir sind jetzt gleich am Abgabeort Wir haben es fast geschafft Go, go, go Oh, mein Gott Alter Begib dich zum Canyon Es geht ja noch weiter Polizei fährt erstmal in den Canyon runter Ja, Walke Ich habe ein Polizeiauto geklaut Echt? Fährst du ein Polizeiauto? Ey, du Kranke Der 31er Okay, ich bin fast beim Absprungpunkt Ich bin im Tunnel erst Springt von der Klippe, Leute Wow Oh, steig in das Stinky, Alter Ich bin über die Klippe gesprungen, Leute Nein Doch Nein Doch Warte, Philipp Aber ich habe zum Glück einen Falschirm Willst du bei mir aufsteigen? Abfahrt, schnell Wir wollen schon weggehen Oh, shit Alter, fast geschafft, Leute Und Vielleicht nicht ganz so eine schöne Landung Aber wir sind da Yeah So Hast du geflogen? Ja Ich glaube, das einzige, was du fliegen kannst, ist auf die Fresse, du Pisser Alter Der ist frech hier Egal, ich habe jetzt das Stinky, habt das Geld Und jetzt haue ich ohne euch ab Tschüss, ihr Opfer Tschüss, ihr Opfer So, nein, natürlich lasst du die Jungs hier nicht hängen Wir kommen Ey, bist du weggefahren mit dem Boot? Nein Ihr seid einfach nur zu weit vorne gelandet, ihr Opfer Ich lande direkt im Boot, okay? Ja Hier, siehst du mich schon? Nein Ich mache hier Drive-By Wo bist du? Oh So, sehr gut Da kommen die Jungs an Alles einsteigen Wir machen uns jetzt ein schönes Leben mit dem Geld Yeah Oh, der Dimchie Alter Wie knapp, Alter Tschüss, Philipp Hey, mach nicht stranden mit dem Boot Oh, es gibt Zeit Oh, okay Komm, jetzt mach doch mal, Philipp Immer müssen wir auf dich warten Komm rein Ey, du fährst weg, du vollidiot Immer müssen wir auf dich warten, Mann Ey Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit Nimm mich mit Ja, komm jetzt Komm doch jetzt Okay, tschüss, ey Mach direkt Explosion, Alter Er will es direkt kaputt machen Fahr, schnell Wir haben es geschafft Ein Prost, Brüder Ein Prost, Brüder Ein Prost, Brüder Yeah Paul Berger Söhne Yeah, Leute Ein Prost, Brüder Nice Lester Du kriegst nichts von dem Geld Speedrun vorbei Also so, meine Freunde Das war es von diesem Video Das war der letzte Finale Überfall in GTA 5, Leute Ich bin gerade ein bisschen traurig Dass die Serie vorbei ist Lasst mal ein Like dafür da, meine Freunde Wenn es euch gefallen hat Schreibt mir mal gerne in die Kommentare Ob ihr Bock habt, dass die Ein Prost, Brüder Weitermachen, vielleicht andere Missionen Mir hat es wie gesagt mega Spaß gemacht Lasst mir noch ein Like da Abonniert meinen Kanal Checkt die Jungs aus Dann würde ich sagen Bis dahin Hot rein, Leute Euer Crymax Los, Los, Los Los, Los, Los Los, Los, Los Los, Los, Los Vielen Dank.